Der ProSieben Comedy-Dienstag, der beste Dienstag deines Lebens. Weitert eures Amtes und schmeißt die flotteste Party, die es jemals gegeben hat. Na also, es wirkt ja. Mach sie süchtig! Helikopter Homer, hebt ab! Ja! Zur Stelle, Baby! Der Comedy-Dienstag mit Die Simpsons und Two and a Half Men. Heute, ab 20.15 Uhr. ProSieben.